Hi liebe Kids der Arche, ich bin Wolfgang Barrow und begrüße euch zu dem Projekt Clever & Fit. Gehirnjogging für Kids des Kinderhilfswerks Die Arche und der Bebantäen Kinderförderung. Wer von euch ist schon mal durch eine Prüfung gerasselt? Dafür gibt es die verschiedensten Gründe. Schlechte Vorbereitung, das falsche gelernt, Prüfungsangst oder einfach nur Pech gehabt. Die Arche und die Bebantäen Kinderförderung wollen euch helfen, damit ihr in Zukunft keine Angst mehr vor Tests haben müsst. Und dafür haben sie einige Tipps für euch gesammelt. Welche das sind, das erfahrt ihr von EMIES in der Arche in Köln. Ja, so bereite ich mich auf meine Moderation vor. Ich lese mir alles durch und das Wichtigste wird markiert. Ja, das gibt mir eine Sicherheit und so kann ich mir auch Dinge besser merken. Heute verrate ich euch, wie ihr euch auf einen Test so vorbereiten könnt, dass ihr keine Angst mehr habt. Ah ja, und am Ende könnt ihr wieder euer Wissen testen und eine Belohnung mit nach Hause nehmen. Hier ist Tipp Nummer 1. Schreibt euch doch einfach das Wichtigste auf und lernt genau diese Notizen. Das hilft euch beim Lernen. Was noch besser ist, gemeinsames Lernen. Deswegen schnappt euch eure Schulfreundinnen und Schulfreunde, denn das macht viel mehr Spaß. Ach ja, und wenn ihr wisst, wann ihr die Klassenarbeit schreibt, fangt rechtzeitig an. Dann habt ihr noch genug Zeit zum Lernen. Ich freue mich, dass ihr bis zum Schluss drangeblieben seid. Das hier ist das fünfte und damit letzte Video. Wenn ihr das Quiz also jetzt richtig beantwortet habt, dann habt ihr einen gesamten Lösungssatz. Mit diesem Satz geht ihr zur Arche und holt euch dort eure kleine Belohnung ab. Schön, dass ihr Teil des Projekts gewesen seid und mit ganz viel Herz und Liebe sage ich Tschüss, euer Amius.